Hallo Leute, hier ist euer Antti und herzlich willkommen zurück zu Road2Pro Episode Nr. 33. Meine Haare sind noch feucht vor der Dusche. Haha, er hat feucht gesagt. Ha, witzig. Ähm, und heute haben wir die Klassen ein klein wenig abgeändert. Ähm, indem wir bei der Sniper-Klasse und bei der Tank-Klasse... ...Hardliner als erstes Perk mit reingenommen haben. Ähm, denn, ja, Plünderer hatten wir da teilweise drin. Das haben wir ja schon. Auf der Pro-Version. Entschuldigung. Äh, und, äh, Taktik-Weste, da müssen wir uns nochmal explizit, äh, widmen. Allerdings, Hardliner sind alles Challenges, die man so mehr oder weniger nebenbei schafft. Hier geht es nämlich darum, ähm, ich kann da gerade mal hier reingehen. Äh, nein, nicht extra 3. Falsch. Äh, wo haben wir es? Hardliner. Ja, wir müssen einmal 10 Pakete teilen. Abschlussseren Belohnungskisten. Dafür habe ich heute sowohl die Vorräte als auch das Bodenluftgeschütz dabei. Ich hätte auch gerne noch als drittes das normale Geschütz mitgenommen, weil dann logischerweise wir drei Kisten haben, die wir alle auf den Boden schmeißen können und sich die Teammates da ohne zu zögern sich das einfach holen können. Und dann sind wir relativ schnell durch. Allerdings hatte ich nicht genügend Geld fürs Geschütz. Deswegen jetzt nur, in Anführungsstrichen, Vorräte und Bodenluftgeschütz. Dafür haben wir aber eine Drohne dabei. Und das ist praktisch für die nächste Challenge, nämlich mehrere Abschussserien. Wir brauchen sieben Abschussserien in einem einzigen Spiel mit Hardliner. Ähm, und, äh, da hilft es natürlich, relativ kleine Kill-Series dabei zu haben. Deswegen sehr praktisch, dass wir da eine Dreier- bzw. mit Hardliner-Zweier-Abschussserien mit dabei haben. Und dann brauchen wir eben noch sieben Abschüsse ohne zu sterben. Das ist etwas, was, äh, wenn man sich die letzten Episoden Road to Pro anguckt, vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber ich habe mir vorgenommen, mir keinen Druck in irgendeiner Form zu machen. Ähm, keinen Druck irgendwie zu machen. Sondern da wirklich diese siebene Abschussserie einfach von selber kommen lassen. Ähm, vorher machen wir aber, ja, du hältst mal dein Maul. Ähm, vorher machen wir aber ein bisschen Sniper-Nuketown-Only. Bei Sniper-Only kann ich es verstehen, wenn man Nuketown zuckt. Äh, da haben wir jetzt nämlich gerade, habe ich jetzt gerade entdeckt, dass es da ein Frei-für-alle-Server gibt. Bisher hatten wir ja immer nur Suchen und Zerstören gefunden. Und da kommen wir dann auch ein bisschen weiter mit der Sperr-Challenge, wo wir ja noch, ich glaube, zwölf Abschüsse mit dem Schniper-Gewehr machen. Und die kriegen wir hoffentlich in einer einzigen Runde durch. Also zwölf Kills sollte doch drin sein. Die Tode zählen ja nicht. Okay, wir versuchen unser Bestes. Der war drauf. Aber ich will nicht wieder... ...darüber reden. Ah! Ja, klar, der nifet einfach. Darf man das? Bis jetzt wird er noch nicht gekickt. Ich weiß es nicht. Ist ja unfair, wenn man nifen darf. Lava, da spielt jemand Farmers! Warum spielt jemand Farmers? Das war wahrscheinlich der Cheap, der mich gerade geneifet hat. Der kackt auf alles. Oh mein Gott, das ist ein Sniper-Only-Server! Bitte, Junge! Ah, ich... Direkt erstmal beleidigen. So muss das sein. In der YouTube-Community. Oh, heilige Scheiße. Ist noch einer mit einer gesinsten Farmers? Macht natürlich Spaß. Das ist ein Sniper-Flugzeug im Anflug. So. Mal gucken. Ah! 1 zu 3! Natürlich geil, wenn man auf so einen Server kommt und dann spielen erstmal zwei Leute Farmers. Ist natürlich perfekt. Äh, okay, lassen wir. Ja, ich bin sogar Kill-Camp. Geile Scheiße. Lassen wir lieber. Ne, Sniper-Only ist nicht so mein Ding. Ich weiß nicht. Also irgendwie... Ne, sind mir alle zu gut da. Ne. Ne. So, ich habe schon wieder zu viel Black Ops 2 gespielt, glaube ich. Jetzt bin ich wieder überhaupt nicht mehr an das Spiel gewöhnt. Das ist immer so das Problem. Ähm, mit diesen Road to Pro-Folgen. Und auch ganz sicher einer der Gründe, warum ich es so derbe abkacke in den meisten Folgen. Oder in vielen Folgen. Ist einfach... Dieses... Ich suche jetzt gerade einfach mal nach einem anderen... Nach einem einfachen, normalen, gemischten Server. Nicht irgendwas 24-7. All allowed. Aber es ist so ein Zerstören. Das... Hä? Das wäre natürlich für kugelsichere Weste gar nicht schlecht. Aber... Mehr auch nicht. Sollen wir mal einfach versuchen. Wir kugelsichere Weste. Ne. Wir gucken erst mal weiter. Hauquartier. Leider nur 2 von 18. Sonst würde ich da sofort reingehen. Array. Frei für alle. Ne. Ist klar. Und hier Capture the Flag. Das ist dann wieder nur ein Spieler drin. Da so. Und dann 300 AP. Ja klar. Das macht natürlich Spaß. Äh. Jetzt finden wir wieder keine Server. Ich glaube, ich habe mir auch eine falsche Uhrzeit ausgesucht. Ich meine, wir haben 13 Uhr 51. Es sind insgesamt 3200 Spieler überhaupt online. Ist natürlich etwas... Äh. Was soll ich machen? Hier. Friends in Battle. Das ist wenigstens noch einer, der gemischt ist. Aber der war gerade für 18 von 18. Sieht aber so aus, als könnten wir doch drauf. Ja. Sehr nice. Okay. Sehr gut. Hm. Da spielen wir jetzt auch wahrscheinlich mal mit der AK-74U. Ich habe nämlich bei der Tank-Klasse die Galil mit einer AK-U ausgetauscht. Einfach aus dem Grund, dass wir ja für ruhige Hand Hüftfeuerabschüsse brauchen. Die sind mit einer SMG logischerweise einfacher zu meistern als mit einem Sturmgewehr. Hm. Los geht's. Tank-Klasse. Bam. So. Dann gucken wir doch mal. Hardliner haben wir in der Klasse auch dabei. Aber das können wir auf jeden Fall leveln. Nein. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. Trotzdem ist das ein Pisser dafür, dass er einfach da mit einer M16 hockt. Aber es war mein Fehler, dass ich gepiekt habe. Also, dass ich versucht habe, den noch zu bekommen. Genauso wie den Typen im Headgeach-Spot. Alter, es ist doch beschissen, Mann. So. Gut, dann gehen wir außenrum. Alternative Route einfach mal. Oh, wow. Sie kämpften einfach überall. Da kämpft der Nächste oben im Fenster. So. Hüftfeuerabschuss. Sehr nice. Oh, Hitmarker. Gleich schießt mir in den Rücken. Ich sehe es kommen. Nehmen wir mal gerade die M16 auf. Mal gucken, ob wir hier ein paar... Oh, wow. Dass der nicht tot ist. Wundert mich. Sagen wir es so. Ja, klar, Alter. Verrück halt nicht, ey. So. Ah. Okay. Nein, Mann. Komm zurück, komm. Ich werde gleich von der Seite angeschossen. So, nice. Da haben wir das Boden-Luft-Geschütz. Ah, Spektra finde ich gut. Man gibt mir die Spektra. Das ist eine andere SMG, die man noch halbwegs spielen kann. Ähm, ich habe keinen Geist dabei. Nice. Da haben wir die Vorräte und das Boden-Luft-Geschütz. Die können wir gleich auf den Boden werfen für Teammates, die sich die nehmen können. Allerdings will ich das nicht hier machen, weil hier sind im Moment überhaupt keine Teammates. Und ich will halt nicht riskieren, dass es halt Gegner bekommen. Aber hier scheinen jetzt Leute zu spawnen. Deswegen werfen wir beides hier mal hin. Und versuchen, unsere Streak weiter fortzusetzen. Denn wir brauchen ja immerhin sieben Abschüsse, ohne zu sterben. Nehmen wir mal die HK und versuchen, den da aus dem Fenster rauszuholen. Nein, feindlicher Huey. Was? Oh mein Gott, wirklich? Nein. Äh. Oh wow. Das ist ein Gegner. Läuft bei dem. Cooler Typ, auf jeden Fall. Ja, jetzt hatten wir wieder... So Abschüssehäre. Wie haben die denn einen scheiß Chopper bekommen? Guckt euch doch mal die Scores von denen an. Okay, der eine hat 12,5. Das könnte natürlich theoretisch drin sein. Chopper, je nachdem wie er halt, wie seine Tode verteilt sind. Da kommt gleich einer hoch. Sag ich, ja? Kommt bestimmt auch gleich einer hin. Ja, war klar. Okay, nice. Nächster Hilftfeuerabschuss. So, jetzt kommen hier gleich Mörser hin. Nicht so, nicht so lecker. Ja, äh Leute, tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumcampen muss. Aber was soll ich machen? Ich meine, es ist draußen ein Huey. Oh, toll geworfen, Anti. Super. Kriegst wieder den Preis für die schlechteste Flashgranate der Nation, ey. Mein Gott. Okay. Der Huey ist weg. Bin ich gut. Äh, haben die jetzt irgendeine? Wahrscheinlich haben die Gegner echt meine Vorratskisten bekommen, obwohl ich eigentlich versucht habe, sie irgendwo hinzuwerfen, wo meine Teammates sie bekommen können. Spionageflugzeug am Himmel. Danke dafür. So, Spionageflugzeug. Geronimo. Nice. Ein Kill noch zum nächsten Vorratskiste. Dann kann ich die beide wieder auf den Boden werfen. Nice. Okay. Ah, da kommt wieder einer. Okay. Uh. Schon wieder keine Muni mehr. Nehmen wir mal die Stoner auf. Ah. Nein, das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich die Abschlussserien bekommen und kann die auf den Boden werfen und es ist das Spiel vorbei. Egal. Auf jeden Fall habe ich schon einige Abschlussserien, ich glaube, sechs Abschlussserien bekommen für meine sieben, die ich... Ach nee, ich muss ja sieben in einem Spiel. Okay. Schade auch. Dann war ich knapp dran vorbei, aber wir sind ja auch in ein Spiel gejoint, das schon am Laufen war. Deswegen, äh, bleiben wir erstmal in der Lobby. Die Lobby gefällt mir eigentlich ganz gut. Da habe ich auf jeden Fall gute Chancen. Hüftfeuerabschüsse haben wir ganz gut geschafft. Äh. Und, ja. Jetzt brauchen wir halt die siebene Abschlussserie immer noch. Und wir müssen halt eine Abschlussserie in einem Spiel mehr schaffen, als wir es gerade eben gemacht haben, weil wir gerade eben sechs in einem Spiel geschafft haben. Wir brauchen sieben, um das Ganze freizuschalten. Ärgerlich, dass wir so knapp vorbei waren. Also, wenn wir nicht in eine Lobby reingejoint werden, die schon am Laufen war. Also, wenn die... ... das Spiel noch ein bisschen länger gegangen wäre, hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Wir spielen weiterhin die AKU-Klasse. Piss, äh, Sniper. Können wir uns dann demnächst wieder drum kümmern. Lol, was? Wo ist denn... Was ist das, Alter? Ich sehe ihn einfach nicht mehr. Okay. Ähm. Das war nicht so gut. Hüftfeuerabschüsse for the win. So, das war ein bisschen riskant, was ich da gemacht habe eigentlich. Aber es hat funktioniert, Gott sei Dank. Lageflugzeug. Gerade mal gucken, wo sie herkommen. Oh, wow. Wow. Frack einfach nicht. Hier ist einer. Fuck, ich hätte neifen sollen. Mmh. Ich habe mir das Neifen so sehr abgewöhnt wegen, äh, Black Ops 2, wo es ja absolut nutzlos ist. Aber in Black Ops 1 kann man dann schon ab und zu mal zum Knife greifen. So ist es nicht. Äh, so. Hier kommt gleich einer um die Ecke, wette ich. Ja. Da kommt, da. Duh, 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 mh. Warte mal gucken. Spenageflugzeug einsatzbereit. Okay. Spenageflugzeug. Nein! Warum hängt er da? Warum? Spenageflugzeug ist in der Luft. Äh. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da einer in der Ecke hängt. Okay. Jemand hat schon mal meine Vorratskiste aufgenommen. Das ist schon mal sehr nice. Äh. Kommen wir da ein bisschen weiter. Oh, wow. War das meine? Flash oder eine Gegnerische? Oh, wow. Da ist ein Gegner. Äh. Nein. Okay, ich bin auch nicht tot. Der hängt doch da. Der dumme Pisser. Mit Ghosts und Farmers, Alter. Das ist so typisch, äh. Okay. Okay, der ist tot. Ah. So. Nein, nein. Oh, Mann, Alter. Oh, wow. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Spiel irgendwie nur gestunnt oder geflasht. Oh, wow. Aim. So, danke dafür. Haben wir wieder ein ganzes Magazin. Trotz Magazinerweiterung gebraucht, um einen Gegner zu töten. Top. Wow. Da war ein Gegner. Ich habe irgendwie Hitmarker bekommen. Auf jeden Fall. Ja, klar. Es ist... Okay, der soll mich jetzt mal gerade von der Seite sichern, der Typ. Wow. Wow. Okay. Da war ein Gegner. Ich will ein Gegner. Ah, gib mir deine Waffe. Ah, nice. Haben wir sogar die AKU noch einmal. Wir haben gerade hier Vorräte, andere Vorräte und Drohne. Ich sollte nachladen. Gerade mit Schnellfeuer. Wow. Alter. Verreck. Oh, ja klar. Hitmarker, Alter. Wo ist er? Da ist er. Mein Teammate ist einfach vollkommen... Danke, Vorratsteiler. Nehmt euch. Nehmt euch. Oh, scheiße. Das Ding ist auf dem Dach. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Okay, nice. SR-71 haben wir. Yes. Wow. Wie zum Teufel ist der nicht tot? Das frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Okay, das C4 war nicht so gut. Schnappen wir uns mal die Farmers. Das war auch auf Range ein bisschen was reißen, wenigstens. Komm her. Ich trau mich irgendwie nicht weit heraus. Ich sollte mal ein bisschen nach vorne gehen, eigentlich. Danke. Sie im Abschluss ja in einem Spiel haben wir schon mal klar. Sehr nice. Oh, ja, nee. Es ist das Spiel vorbei, klar. Okay. Was soll man dazu sagen? Ein paar sehr durchschnittliche Runden, aber Hardliner sind wir weitergekommen. Ruhige Hand. Auch einige Hüftabschüsse. Das könnt ihr mal glauben. Leider keine Sekundärwaffenabschüsse. Das wäre dann in Speer, obwohl wir haben Speer in dieser Klasse, glaube ich, gar nicht dabei. Nee. Quatsch. Ist ja, wäre statt ruhige Hand. Das heißt, die Sekundärwaffenabschüsse hätten eh nichts gebracht. Je nachdem, was jetzt für eine Map drankommt, würde ich mich dann überreden lassen, jetzt gleich mal zu snipen. Kommt wirklich auf die Map an. Also, wenn jetzt irgendwas wie Nuketown oder nochmal Summit oder was auch immer kommt oder Firing Range, dann wahrscheinlich nicht. Hm. Ah, ja. Okay, Radiation. Hm. Ist zwar eine große Map, aber erstens sehe ich große Chancen, dass ich da meine 7er-Abschluss-Serie hinbekomme. Zweitens, obwohl die Map groß ist, spielt sich viel von den Feuergefechten auf mittlere bis kurze Distanz ab, weswegen ich jetzt wieder auf die AK-74U-Klasse zurückgreife und hoffe, dass ich jetzt meine Hardliner-Challenge die nächste hinbekomme. Ähm. Werden wir ja sehen, ob das Ganze klappt. Ich gehe mal unterirdisch. War das eine Granate, die hier zu uns gekommen ist? Oh, da ist ein Gegner. Ich hab den erst gar nicht gesehen. Danke dafür. Ohohoho. Triple Feet. Okay. Spinage. Oh, wow. Jetzt wollte ich das Spinageflugzeug raushauen. Danke dafür. Oh nein, hier geht's nicht hoch. Da geht's hoch. Yay. Ah, das ist ein Gegner. Das ist noch ein Gegner. Wo kommen die alle her? Aha. Vorräte bereit. Okay. Ähm. Das war jetzt unglücklich, dass ich da gestorben bin. Das hätte die Chance sein können. Ich hatte irgendwie sechs Kills oder so. Ne, vier. Okay. Wollen wir es nicht übertreiben? Vorräte. Raushauen. Komm her. Ah. Nein. Jetzt nehmen die meine Vorräte, die dummen Pisser. Die dummen Pisser, Mann. Warum spawnen sie denn da? Ja, klar, Alter. Fick dich in den Arsch, Alter. Ohne Scheiß. Was soll denn der Kack, Mann? So. Erstmal schön zerstören. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Dein Ernst? Ungespionageflugzeug ist in der Luft. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, die AK-74U ist doppelt so effektiv, wenn man sie dann... Warum spawnen sie da? Warum? Die AK-74U ist irgendwie doppelt so effektiv, wenn man sie aus der Hüfte sprayt. Bis mittlere Distanz. Och ja, Mann. Geil. Guck dir den Typen an, ey. Ist auch mal gut jetzt. Ohne Scheiß. Jetzt haben die ein Geschütz noch. Auch sehr nice. Team jetzt wieder zu dumm zum Kacken. Ne, ich will jetzt hier nicht drüber springen. Dann holt man nicht eh das Geschütz. Ja, das zweite C4 war ja nicht so gut. Lol. Von wo? Och Mann, Jungs, ey. 4 zu 0 wird so einen 5 zu 6, Alter. Ich finde es so toll. Ich finde es so toll. Es macht so Spaß. Ja. Und das Känguru, Alter. Das Känguru kommt wieder. Komm her. Danke dafür. Ah, dieses Geschütz fuckt mich ja auch ab da drüben. Oh nein, ich bin tot. Ich bin tot. Aber klar, dass das hier drüber geht. Das war sowas von klar. Ist der Typ da oben? Oh. Da ist er. No, wow. Meine Güte, Alter. Ich verstehe es nicht. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Guckt euch das an. Wenn ich die AK-74U... Ach, da oben ist er. Ja, klar. Das habe ich... Ich vergaß, dass da oben auch noch ein Camperspot war. Die 74U ist einfach so... Fünfmal effektiver aus der Hüfte. Dann noch mal mit ruhiger Hand gekoppelt. Da kannst du ja fast auf lange Range trotzdem noch... Alles reißen, Alter. Nein. 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 Oh Gott, wie viele Leute. Uh. Ich bin um die Ecke. Bitte, Jungs, ey. Weißt du, es sind so Tode. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Ich habe in dieser Serie viel Tode kassiert, die mit Aim oder Ähnlichem zu tun haben. Aber es gibt auch Tode, die habe ich einfach nicht zu verschulden. Das ist mein Problem. Erstmal gucken, wo der Napper im Angriff hingeht. Da drüben, okay. Ja. Ich komme gleich wieder von der Seite. Gebt mir doch die Augen, Mann! Danke. Heilige Scheiße. So. Boah, der hat sich schön nach vorne teleportiert. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Nehmen wir eher die Auk. Gucken, wo die langkommen. Mist hier eh. Komm schon. Komm um die Ecke. Trau dich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich um die Ecke gerubberbettet hast. Alter, guck dir das an. Er schießt ins Leere. Fuck. Ich habe dieses Spiel 4 zu fucking 0 angefangen. 4 zu fucking 0. Ich habe jetzt 12 zu 12, Alter. Das ist unglaublich. Unglaublich. Warum? Warum? Egal, Junges. Wir gucken uns an, wie weit wir gekommen sind in den verschiedenen Challenges. Gerade mal uns hier angucken, wie weit wir da sind. Bei Hardliner haben wir die mehreren Abschlussserien erledigt. Haben 3 von 10 Paketen geteilt. Gut. Hätte besser sein können. Aber ich habe auch irgendwie meine Pakete immer dahingeschmissen, wo dann plötzlich zufällig der Gegner spawnen war. Blöderweise. Und ruhige Hand. Gucken wir mal. Haben wir Hüftenabschüsse. 21 von 150. Gut. Es sind halt 150 Kills. Deswegen. Das dauert noch eine Weile. Aber wir sind auf jeden Fall sehr weiter gekommen. Ich glaube, wir hatten am Anfang 12. Jetzt 21. Das ist wunderbar. Und 100 Abschlüsse nach einem Sprint. Da kann man sehr wenig nur gezielt machen. Das muss halt so laufen. Und ja. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge von Rotary Pro gefallen hat. Und wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann. Euer Antti. .